Das ganze Zuschauerzähltheater ist doch wohl herauszufinden, was die Leute wirklich sehen wollen. Oh Mann! Zuerst kommt das Tischgebet. Okay, ich danke dir besessen für dieses tolle Fressen. Achte nicht auf ihn, Herr. Halt die Klappe, es wird gebetet. Wenn Sie daraus ein Quiz machen, bin ich verloren. Oh Herr, warum hast du mich mit dieser Familie geschlagen? Amen! Wenn Sie etwas besser aufgepasst hätten, wäre Ihnen vielleicht aufgefallen, dass Ihre Familie Sie als eine finstere Autoritätsperson sieht. Ein Scheusal, wenn Sie so wollen. Aber Doktor, das stimmt doch nicht. Scheusal ist ein ziemlich harter Ausdruck. Weiter so, Doktor. Ihre Diagnose ist ein Volltreffer. Jetzt reicht das. Die Kosten dieses Fernsehspots übernimmt die Heilsarmee. Ha ha ha! Oh Simpsons, 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 Simpsons. Die Kosten des Fernsehspots übernimmt die Heilsarmee. Die Kosten des Fernsehspots übernimmt die Heilsarmee. Rühmlanzen dieses Glühes, grühe deutsches Vaterland. Rühmlanzen dieses Glühes, grühe deutsches Vaterland. Rühmlanzen dieses Glühes, grühe deutsches Vaterland. Rühmlanzen dieses Glühes, grühe deutsches Vargas. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020